Matthias, der ADC hat uns gefragt, ob wir irgendwas über Humor und Kreativität erzählen können. Also nicht irgendwas, sondern die fanden, dass wir gut dafür sind. Und nicht wir, die haben nicht uns gefragt, die haben dich gefragt. Du bist im ADC. Stimmt, eigentlich hast du hier gar nichts vergessen. Richtig, eigentlich soll ich gehen. Nein, ich finde, wir sollten das zu zweit erzählen, weil wir ja sehr vieles halt auch zu zweit machen. Das stimmt. Mit unserem Team zusammen, aber wenn ich mit jemandem über Humor sprechen möchte, dann mit dir. Okay, dann fühle ich mich auch willkommen. Deswegen herzlich willkommen zu unserem Vortrag, zur ADC Superkraft Serie. Heute geht es um Humor und Kreativität. Was ist die Frage eigentlich? Was ist Humor in der Kreativität? Warum braucht es ihn? Welchen Stellenwert hat er? Sehen wir das? Das ist ja auch eine subjektive Frage. Stimmt, eigentlich, was ist Humor? Komm, das machen wir heute nicht. Wir erzählen euch nicht, was ist Humor. Und wann lacht man? Und wann nicht? Ja, das machen wir heute nicht. Mittwochs. Ja. Okay. Wollen wir uns erstmal vorstellen, wer wir sind? Ja. Also, ich bin Iris Gafritsch und ich habe eine Agentur gegründet, die heißt Arouse. Das war 2018. Matthias war da schon direkt dabei und wir sind in einem kleinen Team, haben wir gestartet. Und ich würde sagen, wir waren 2018 eine relativ klassische Kreativagentur. Wir hatten von Anfang an immer die Vision, wir wollen unbedingt auch in den Entertainment-Bereich und der Markt ändert sich. Und deswegen haben wir gleich gesagt, okay, wir stellen Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen ein, weil wir wollen das später so aufbauen, dass die Leute vor und hinter der Kamera arbeiten können. Dann kam Corona und dann haben wir uns gedacht, okay, alles verändert sich noch schneller, als wir geglaubt haben. Und dann haben wir 2021 beschlossen, selber Creator zu werden und haben uns auf, wir haben lustige Videos auf TikTok gemacht. Und Matthias hat ganz bestimmte dazu erzählt. Er hat gleich noch was. Auf meinem Kanal waren es viele Sachen, die ich mit Matthias zusammen gemacht habe, aber auch, ich sage jetzt mal, so Fernsehverarschung und andere Sachen. Und dann haben wir Mitte des Jahres, ich glaube, es war im Juni oder Juli, haben wir einen Podcast gestartet. So eine Mischung aus sehr tief und ernst von der Themenvielfalt, aber doch irgendwie mit einer Leichtigkeit und super lustig. Ich finde es sehr schwierig von sich selber zu sagen, dass ein Podcast erfolgreich und super lustig ist. Wie können wir das verkaufen? Naja, unser Anspruch ist es ja schon, dass wir uns Themen vornehmen, die auf keinen Fall oberflächlich und belanglos sind, sondern das Gegenteil. Dinge, die uns alle betreffen, teilweise philosophische Themen aus dieser Branche, in der wir arbeiten, Kommunikation, Psychologie. Und natürlich stolpern wir da immer wieder auch auf irgendwelche Bereiche innerhalb dieser Themen, die was mit den schweren Sachen zu tun haben. Gerade in der Krise, wenn wir darüber reden, was passiert, Verlust und so weiter. Aber unser Anspruch ist, darüber nie so zu reden, dass man dabei sich denkt, oh mein Gott, ist das Leben schwer. Sondern dass man die Leichtigkeit und den Humor darin jederzeit entdecken und spüren kann. Das ist schon der Anspruch, das kann man schon selber sagen. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor. Hallo, ich bin Matthias Renger. Wie du schon gesagt hast, ich bin auch seit es Arouse gibt von Anfang an mit dabei. Ich mache bei Arouse die Strategie, Texte, ich mache auch die Konzeption. Alles, was du schon gesagt hast, was sowieso unser Anspruch ist, geht auch von uns beiden ganz intensiv aus. Dass wir Allrounder sein wollen, dass wir Allrounder auch bei uns im Team haben wollen. Leute, die aus allen verschiedenen Bereichen überall mitarbeiten und mitdenken können. Teilweise, weil wir das müssen, weil wir eine kleine Agentur sind und uns noch nicht so aufstellen können, dass wir uns Spezialisten für jeden Bereich holen. Teilweise die andere Seite davon. Nicht nur, weil wir es müssen, sondern auch, weil wir es können. Unser Hintergrund ist, also meiner zum Beispiel ist, dass bevor ich bei Arouse angefangen habe, ich habe Schauspiel studiert, ich habe als Schauspieler gearbeitet, auf Bühnen, vor der Kamera. Ich habe Regie geführt und du hast ja zum Beispiel diese TikTok-Geschichte erwähnt, die wir jetzt dieses Jahr begonnen haben. Da sieht man, dass das dieser Hintergrund ist, der da reinfließt. Ich habe, was ich da gemacht habe, womit ich den größten Content-Track da aufgebaut habe, ist der PR-Berater. Also, dass ich diese Erfahrungen aus zwei Welten miteinander verbunden habe, aus der Kreativagentur, aus dem Kommunizieren, aus dem Image-orientierten Denken. Wie tritt man auf, wie wirkt man? Und aus meiner Schauspielwelt, dass ich eine Figur spiele, die ich in der Form nicht bin. Ich mache hier keine PR-Beratung bei Arouse, aber ich spiele einen PR-Berater, der die Politiker, es war natürlich jetzt gerade in der Zeit vor dem Wahlkampf zunehmend interessant, wer da auftrat und wie die Leute auftraten, dass ich Originalmaterial nehme von den Leuten, Interviews, Reden, die sie halten, daraus Schnipsel rausziehe und mich gegenschneide, sodass wir quasi einen Dialog haben. Und ich berühmte Leute, zwar nicht nur Politiker, sondern auch dann teilweise Schauspieler und so, aber dass ich denen halt sage, was sie tun sollen, wie sie auftreten sollen oder wie eben nicht. Gesundheit? Danke. Corona? Nee, Allergie. Abstand? Ich habe es nicht, alles gut. Ich denke an Sie. Ich würde schon sagen, dass wir sowas machen wie eine Art PR-Beratung. Also wir machen das mit Marken. Ich meine, jetzt bei der ADC-Superkraft-Serie, da werden jetzt viele Werber zugucken, viele Kollegen aus großen Agenturen, aus kleinen Agenturen. Ich hoffe, es werden auch noch Leute außerhalb der Branche mit zuschauen. Deswegen gucken wir mal, dass wir so reden, dass nicht nur Werber uns verstehen. Ja, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber wir kennen das ja alle so, wir beraten Marken und teilweise beraten wir jetzt auch Influencer, manchmal auch irgendwelche, ich sage jetzt mal prominenteren Persönlichkeiten, wo man schon irgendwie schaut, wie baut man das Image auf und wie tritt man auf. Und ich glaube so 2021 war so die Zeit, wo wir, oder eigentlich fing es schon letztes Jahr an, wo jede Woche auf Twitter und inzwischen ist es fast jeden Tag ein Shitstorm war. Und man sich auch so gefragt hat, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Es wird ja immer schneller, es wird ja immer krasser von der Kommunikation. Und dann ist daraus irgendwann mal deine PR-Berater-Idee entstanden, weil so vieles, was uns einfach so aufgeregt hat aus der Politik und wie man auch miteinander kommuniziert, da einfach das wie so ein Auffangbecken war, wo sich alle unter diesen Videos darüber beschweren konnten und sagen, ja, so habe ich das auch gesehen. Ja, so geht es mir jedes Mal, wenn ich Laschet reden höre und so. Ich würde halt an der Stelle gleich mal sagen, wenn wir über Beratung sprechen und ich versuche es auch so offen zu halten, dass man das nicht nur aus einer Branche jetzt gerade versteht. Beratung braucht doch eigentlich jede Marke oder jeder Mensch, der öffentlich auftritt, dann am dringendsten, wenn es eine Diskrepanz gibt. Eine Diskrepanz zwischen dem, was die Marke wirklich ist, wofür sie steht. Und, mit Marke meine ich jetzt auch Menschen dann, jemand, der öffentlich kommuniziert, wofür steht er wirklich, was ist das in der Essenz und wie wirkt es, wie kommt es an? Und wenn da eine Diskrepanz ist, dann braucht es Beratung. Aber auch, das führt uns zurück zum Thema dieses Dings heute, eine Diskrepanz ist auch immer lustig. Wenn etwas nicht übereinstimmt, wenn es etwas gibt, wo ein Spannungsfeld sich öffnet, das einfach Unverhältnismäßig ist. Unverhältnismäßigkeit ist witzig. Ja. So, und Stichwort Unverhältnismäßigkeit. Wollen wir mal einen Schnipsel hier reinschneiden und zeigen, wie du dich auf TikTok als Geschäftsführerin präsentiert hast. CEO. Bitteschön. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Oh, so the focus is so fucking real. Warum zur Hölle zeige ich mich so auf TikTok, wenn wir eine Agentur haben? Weil das werden sehr viele aus der Branche bestätigen. Die werden sagen, hast du sie eigentlich noch alle? Da sind Unternehmer. Wenn dich jetzt XY sieht, du musst auch super professionell wirken und immer zeigen, dass du super kompetent bist. Wir glauben, dass im Humor auch, so wie wir uns jetzt da präsentieren, unsere Kernkompetenz steckt. Also, dass auch dieses Authentische und zu zeigen, okay, wie arbeitet man sich eigentlich hoch? Wie geht man kreativ mit diesen ganzen Themen um? Dass das eine Kompetenz mit sich bringt. Und dass diese Bilder von, du musst jetzt ein CEO sein, der um vier Uhr morgens aufsteht und dann einfach so total krass den Tag durchgeht. Ja, das ist halt irgendwie, es gibt Leute, die so sind. Und ich gehöre nicht dazu. Ja. Und trotzdem funktionieren jetzt. Und trotzdem kriegen wir gute Kampagnen hin. Und trotzdem gehen wir auf TikTok viral. Und trotzdem haben wir einen Podcast, der dann erfolgreich ist. So, und da würde ich jetzt vorschlagen, zu sagen, nicht trotzdem, sondern deswegen. Iris Gavritsch. Matthias Renger. Meine erste Interviewfrage an dich lautet, ich glaube, wir müssen niemandem erklären, warum Humor, Kreativität, eine Geschichte, eine Botschaft, die man übermitteln möchte, aufwertet. Warum das gut ist. Doch, wir könnten das den Kunden erklären. Das sind die einzigen, denen man das vielleicht erklären muss. Also, liebe Kunden, die sich jetzt diesen Vortrag anschauen, ja, wenn ihr kreativer und humorvoller kommuniziert, dann wird die ganze Sache für euch billiger. Weil, wenn Leute über etwas lachen, was sie sehen, dann teilen sie es auch eher. Das heißt, man muss viel weniger Mediabudget bezahlen. Also, viel weniger Geld in Instagram und Facebook und YouTube und so weiter investieren, weil die Leute es von sich aus schon gut finden und das teilen. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Wenn wir das mal als eine Art Selbstverständlichkeit behandeln. Welchen Stellenwert hat Humor für dich privat, für dein Leben? Welche Bedeutung hat Humor für dich? Ich glaube, für mich ist Humor Bewältigung. Also, Bewältigung von Herausforderungen, von Hindernissen, traurigen Dingen, die einem widerfahren sind. Also, wir haben beide nicht die geilste Kindheit gehabt. Also, ich glaube, bei dir nochmal ein bisschen besser als bei mir. Und bei mir ist früh der Vater gestorben. Meine Mutter hat von morgens bis nachts im Kiosk gearbeitet. Da war jetzt keine Leichtigkeit. Also, das war jetzt nicht so, dass man voll die Spielsachen hatte und Sachen machen konnte. Ich habe keine Instrumente gelernt. Wenn man aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, dann hat man auch so einen bestimmten Kreis um sich herum, wo viele andere Kinder auch total die Dramen haben. Also, wo auch viele traurige Kinder halt sind. Und so bin ich halt groß geworden. Und irgendwann mal wird man halt auch älter und man denkt sich dann, okay, man will doch nicht sein ganzes Leben so voranschreiten. Also, man braucht einen anderen Umgang mit schweren Themen und mit Herausforderungen. Und dadurch hat sich bei mir sowas etabliert, dass wir, wir haben zum Beispiel auch in der Familie einen wahnsinnig humorvollen Umgang damit, wenn wir scheitern. Dann machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Es gibt ein schweres Thema, das auch nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon seit mehreren Jahren ein schweres Thema ist, das speziell in dieser Branche jedem sofort ein Begriff ist. Da gab es auch international unter dem Hashtag MeToo Debatten darüber. Und diese Debatten, das Erste, was einem dazu einfällt, ist nicht Humor. Jetzt ist es so, dass du nicht mal nur eine Sache erlebt hast in dieser Richtung, aber ich würde einen kurz rauspicken und dich dazu dann jetzt fragen, unter dem Stichwort Humor. Du weißt auch sofort, welche ich meine. Du hast ein Profilbild, ein neues von dir auf Facebook hochgeladen. Wir beschreiben es kurz oder wir zeigen es hier kurz. Das war das Profilbild. Und dazu dann auch geschrieben, das sind diese Arouse-Pullis, die wir haben, dass ein Neukunde bei uns ein Pulli geschenkt bekommt. Auch das schon als ein ziemlicher Understatement-Witz. Genau, für alle, die jetzt nicht in der Branche sind, es ist oft so, dass wenn man ein Pulli oder irgendwie so ein Goodie geschenkt bekommt, das ist halt nichts für einen Retainer, weil so ein Retainer ist sozusagen ein Budget, sagen wir mal jetzt, weiß ich nicht, 500.000 oder sowas, was dir der Kunde gibt für deine Agentur oder vielleicht manchmal ist es auch mehr und dass du dann einen Pulli dafür bekommst oder so. Das ist halt, das war schon der Gag. Also das kann ein guter Gag sein, kann auch ein schlechter Gag sein, aber das war der Gag bei diesem Bild. So und jetzt in aller Kürze hat ein ehemaliger Chef von dir nachts um zwei als Kommentar unter dieses neue Profilbild geschrieben. Schlampe, Smiley. Da war ein Smiley dabei. Und ich bringe es auch noch kurz auf die zwei Sätze dazu. Dann noch die, es gab Leute, die das dann am Morgen gesehen haben, wir springen gleich zurück dahin, was deine erste Reaktion war, die natürlich auch empört darauf reagiert haben, gesagt haben, was ist bei dir kaputt? Mir platzt der Arsch, hat jemand geschrieben. Und darauf hat er dann noch gesagt, das war natürlich witzig gemeint, aber das war mein schlechter Humor. Da hat jetzt auch der Smiley nicht geholfen und sich damit entschuldigt oder auch versucht zu rechtfertigen. Das ist die Geschichte und ich will von dir wissen, unter dieser Überschrift Humor und Kreativität, wie war dein Umgang mit dieser ganzen Sache und warum? Also im ersten Moment war ich richtig sauer, weil ich mir gedacht habe, wir waren in einer super stressigen Phase und dann, man hat auch so viele Unsicherheiten. Also man hat eine kleine Agentur, man muss sich beweisen. Und dann kommt da so ein Ex-Chef und schreibt unter dem Profilwitz Schlampe, Smiley und das lesen halt super viele Kunden, weil ich habe super viele Kontakte auf Facebook, also Kundenkontakte. Meine Mutter liest das auf Facebook. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, warum schreibt der das jetzt? Also das kann man doch nicht machen. Und die ganzen Leute sehen das. Und es gab auch keinen Grund. Wir hatten seit Jahren gar keinen Kontakt miteinander. Es war nie irgendein Problem. Es gab einfach nichts. Warum zur Hölle schreibt man nachts um zwei Schlampe, Smiley? Diese Wut hielt dann auch ein bisschen an, so einen Tag ungefähr. Und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt und haben uns gefragt, okay, wie kann man darauf eine gute Antwort schreiben? Weil es ist schon so ein Ding, dadurch, dass das die Leute gesehen haben, haben mir super viele Frauen geschrieben und haben gesagt, ey, ich habe auch so schlimme Erlebnisse. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch viel schlimmere Erlebnisse als Schlampe, Smiley. Das meinte ich mir. Du hast da noch mehr erlebt, aber ich wollte das jetzt rausbekommen. Natürlich hat man auch persönlich extreme Erlebnisse gehabt. Und das Geile war aber bei Schlampe, Smiley, es war das allererste Mal schwarz auf weiß. Und jeder konnte es sehen. Jeder konnte sehen. Es war komplett aus dem Kontext. Man hat gar nicht verstanden, woher das kommt. Und es ist plötzlich da. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir damit umgehen? Und wir versuchen, soweit es geht, einen humorvollen Umgang zu finden, um eine Veränderung, ein Umdenken stattfinden zu lassen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben dann nämlich am Tag danach folgendes Video gepostet. Bis zum nächsten Mal. Also das Video ging viral. Und das haben super viele Leute geteilt. Und vor allen Dingen, es waren nicht nur Leute innerhalb der Branche, sondern außerhalb der Branche. die von ihren Erlebnissen erzählt haben. Und innerhalb der Branche habe ich super viele private Nachrichten bekommen, wo es dann hieß, oh mein Gott, in einer bestimmten Agentur XY gibt es den oder diesen Art Director oder Creative Director, wo alle Frauen Angst davor haben, alleine mit ihm in einem Raum zu sein. Oder andere haben erzählt, dass sie morgens zu einem Sandwich eingeladen worden sind. Und wir reden hier nicht von einem Frühstück-Sandwich. Und dann ist dann sieben Wochen später durch dieses Video und weil es auch noch andere Shitstorms gab, die auch was mit Frauen und so zu tun hatten, da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen, gab es einen Zeitartikel über Sexismus in einer bestimmten Agentur. Und es ging nicht nur um diese Agentur, sondern es ging eigentlich um dieses Paradebeispiel anhand einer Agentur, was da eigentlich gerade passiert. Wer wird befördert, wenn er seinen Penis zeigt und ein Penis-Gitarrist auf einer Weihnachtsfeier ist? Es ist dann sehr viel Bewegung in der Branche passiert. Also es haben, mir haben auch wahnsinnig viele geschrieben, die gesagt haben, okay, seitdem das Schlampe-Video rausgekommen ist und dieser Zeitartikel entstanden ist, bei uns sind voll die Gespräche in der Agentur. Wir ändern gerade alles bei uns. Und das Witzige war, dass die Branche selbst in den Zeitungen, ich sage jetzt mal so die Branchenzeitungen, die haben gar nicht so viel über Schlampe gesprochen. Ich glaube gar nicht. Man hat so dieselben Leute wieder genommen, die haben miteinander diskutiert. Aber außerhalb der Branche gab es immer noch die Diskussion und die Leute haben darüber gesprochen. Und jetzt ein Jahr später kann man so das Ergebnis sehen und man sieht, es ist eine Änderung da. Es ist ja sogar eine Änderung im ADC da. Es gibt die Future Females. Ich sitze hier und erzähle euch was über Humor. Ich sage euch, vor zwei Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Und das ist gerade das Tolle, was jetzt so passiert, wo man einfach eine Änderung spürt. Und das war vor allem möglich, weil es einen humorvollen Zugang hatte. Weil es nicht so, ich würde mal sagen, nicht so schwer war, es zu teilen, sondern die Leute mit der Frage, welcher Smiley hätte eigentlich schlampellustig gemacht, dass da so ein bisschen so eine Leichtigkeit mitsprüht, dass man auch sagt, okay, das ist wirklich nicht in Ordnung. Wenn man jetzt einfach nur sagt, so, das ist passiert, ich bin, ich mache es mal auch wieder abstrakter, ich bin auf irgendeine Weise persönlich, öffentlich attackiert worden und könnte mein Gesicht verlieren, wenn ich jetzt sage, ich reagiere darauf mit Humor, dann kann das auch nach einem Mops wirken. Möpse? Möpse? Der Hund, der Mops. Ja. Der bringt, wenn er sich beschissen verhält und das Herrchen oder Frauchen mit dem Mops schimpft, dann ist das, und das ist die einzige Hunderasse, die das tut, dann versucht der bewusst zum Lachen zu bringen, ulkigen Scheiß zu machen, reißt die Augen auf, dreht sich auf den Rücken. Möpse bringen zum Lachen? Möpse bringen zum Lachen. Und es ist eine Gratwanderung, wenn man persönlich attackiert wurde, dass man nicht wirkt wie der Mops, der zum Lachen bringen will. Ja. Sondern dass man dabei trotzdem noch Gesicht wahrt, Würde bewahrt. Meine Frage jetzt, wie hast du das gemacht? Warum? Worauf legst du da Wert? Ich glaube, es ist super wichtig, dass man die Geschichte des anderen versteht und dass man versucht, nicht einfach nur aus Rache oder irgendjemanden fertig zu machen, sondern ein höheres Ziel zu verfolgen. Also was ist da eigentlich das Ziel? Und wenn das Ziel jetzt ist, dass man wirklich ein Umdenken haben will, dann darf man nicht nur diejenigen erreichen, die betroffen sind, sage ich mal, sondern vielleicht auch die Täter mit auf seine Seite holen. Und die holt man mit Humor auf die eigene Seite. Ich würde sogar vielleicht noch nicht mal so weit gehen, zu sagen, man holt sie damit auf die eigene Seite, aber man drängt sie nicht zu arg in die Defensive, oder? Ja, genau. Dass man anklagend, und wir haben ja auch seinen Namen zum Beispiel nicht erwähnt, in dem Video. Man weiß es nicht, wenn man nicht aktiv loszieht und sagt, ich will rausfinden, wer das war. Ja, dann weiß man es nicht. Und an der Stelle beginnt ja dann auch sein Fehler, denn er hat es ja öffentlich geschrieben. Also wer sich auf die Suche macht, um herauszufinden, wer war das denn nun, könnte man ja vermeiden, indem man das entweder nicht schreibt, schlampes Miley, oder indem man es löscht, wenn man es geschrieben hat. Aber von uns, von dir mit dem Video ging nicht aus, die Anklage und das in die Defensive drängen, sondern es blieb einladend. Total. Ich würde sogar sagen, dass das die perfekte Überleitung zu TikTok ist, weil wir haben versucht, durch Humor einen Zugang für unterschiedlichste Seiten zu schaffen. Und ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen der Kern, warum wir eigentlich hier sitzen. Ich hoffe, warum der ADC eigentlich uns hier haben wollte. Weil wir genau das mit unserem Humor versuchen. Also, dass wir schauen, seist du mit dem PR-Berater auf TikTok oder wenn ich jetzt mit dir zusammen die ASMR-Streits mache oder wir irgendwelche lustigen 80er-Jahre-Werbespots und sowas machen, dass wir wirklich versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise so zugänglich zu sein, dass wir nicht nur eine bestimmte Gruppe ansprechen, sondern die unterschiedlichsten Leute daraus was mitnehmen. Ich würde sagen, wir fangen mit den PR-Berater-Videos an, weil die sind politisch ein bisschen heikel. Und wie kann man damit umgehen, dass man wirklich Leute, FDP-Wähler zum Lachen bringt, aber auch die Linken und die Grünen zum Lachen bringt. Und das, finde ich, ist dir in vielen Videos echt gelungen. Ich zeige mal den Unterschied zwischen dem ersten PR-Berater-Video, das relativ schnell und spontan entstanden ist, nämlich die Rede von Armin Laschet für seine CDU-Vorsitz-Kanzler-Kandidatur im Januar. Da habe ich das hier gemacht. Ich zeige es Ihnen nicht komplett. Ich zeige mal speziell einen Ausschnitt, um den es mir geht. Wir müssen gewinnen, nicht weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir gewinnen müssen. Armin, das klingt ein bisschen dumm, das dreht sich im Kreis. Das klingt ein bisschen dumm. Zum Merz habe ich ziemlich schnell ein Follow-up gemacht und ihm das hier gesagt. Lassen wir mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Lieber nicht, Herr Merz. Sie haben noch nie was Schlaues über Frauen gesagt. Das sind unsere Gegner. Gegnerinnen. Das war der Anfang dieser Figur des PR-Beraters. Und wir haben beide sehr schnell uns in dieser Anfangszeit einjustiert auf einen Weg, wie diese Figur noch mal besser funktioniert im Sinne dessen, was du gerade beschrieben hast. Dass ein PR-Berater, dieser PR-Berater mit diesen Politikern eben nicht konfrontativ in erster Linie spricht. Ihnen sagt, dass sie dumm klingen. Ihnen sagt, dass sie sowieso frauenfeindlich sind, üblicherweise. Genau, sondern ein PR-Berater versucht ja erst mal den Zugang zum anderen zu finden. Und das ist gleichzeitig auch das Vehikel. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich nur über diese Normaten auf die psychologische Ebene gehen, natürlich sollte ein PR-Berater oder ein Berater immer eine gute Verbindung mit seinen Kunden haben und konstruktiv mit ihm umgehen wollen. Aber auf der Mitte-Ebene, wenn sich das Leute anschauen und davon unterhalten werden wollen, dann will man nicht politisch polarisiert werden, komplett. Oder wieder in die Defensive gedrängt werden, weil man zum Beispiel eigentlich für etwas ist, und dann dieses Video sieht und sich da so angegriffen fühlt vom Tonfall, von Sätzen wie, das klingt dumm. Und deswegen ist es sinnvoller, das in so eine Mitte zu holen. Ich zeige mal ein jüngeres Beispiel, wo ein heikles Thema, nämlich die Werteunion, also keine klare Abgrenzung nach Rechts- oder Rechtsextremen innerhalb der Union. Das lässt sich mit einem PR-Berater auf diese Weise aufgreifen. Stichwort Werteunion. Wir haben andere Probleme im Land. Sicher, ja. Es ist auch gut, Herr Laschet, dass Sie sich von der Werteunion distanzieren, aber sind alle in der CDU dagegen? Was meinen Sie jetzt dagegen? Gegen Rechte. Welche Rechte? Herr Spahn, Sie stellen sich gerade nur so ahnungslos, oder? Er weiß genau, worüber da redet. Glaube ich nämlich auch. Herr Merz, was sagen Sie denn zu Werteunion? Harmlos. Da hat er recht. Herr Laschet, bleiben Sie mal bei Ihrer Distanz dazu. Jeder Satz von Ihnen fällt für die Wahl besonders ins Gewicht. Lassen Sie sich mal überraschen, was der Satz ist. Ne, ich hätte den Satz gern schon einmal vor der Öffentlichkeit gehört. Hätte. Ja, hätte. Also, Herr Laschet? Ich bin ein Rechter. So was darf man also heute bei den Grünen nicht mehr sagen. Herr Merz, das hat doch nicht alles immer mit den Grünen zu tun. Immer? Herr Spahn, nein. Ich bin ein Rechter. Punkt. Woher haben Sie denn diesen Satz, Herr Laschet? Hab ich gelesen. Muss er selber wissen? Ne, Herr Merz, erstens stimmt's nicht, wenn er das so sagt. Fake News. Genau. Und zweitens ist Wahlkampf. Was glauben Sie denn, für welche Partei die Menschen sich entscheiden, wenn sie sowas hören? Zwischen CDU und AfD. Ja. Wollen Sie dann nicht gleich das Logo der CDU ändern? Sowas hier zum Beispiel? Oder sowas? Ist schon ein ziemlicher Hammer. Das ändert alles. Das ist Ihnen nicht so krass? Überhaupt nicht. Die Bilder waren gerade schön, weil ich die so noch nie gesehen habe. Und das hat wirklich niemanden verärgert. Niemand in den Kommentaren hat geschrieben, wie schrecklich und wie schlimm das ist. Leute haben natürlich vielleicht einen Austausch gesucht oder einen Dialog gesucht und gesagt, aber die Werteunion ist ja jetzt nicht so im Zentrum der Union selbst. Da gibt es eine Haltung dabei. Ja. Das ist das Wichtige, weil wir erleben in letzter Zeit, gerade in den letzten beiden Jahren durch die Krise und dadurch, dass es Querdenker gibt und die Fronten immer härter werden und es ist zwischen links und rechts und hier und da, merken wir einfach, dass Haltung zeigen öfters in letzter Zeit damit interpretiert wird, dass man sehr ernst mit den Themen umgeht und dass man vielleicht auch dem anderen vor den Kopf stößt. Und wir haben einfach versucht, auf TikTok mit den unterschiedlichsten Videos, du mit dem PR-Berater, zu mir kommen wir gleich mit anderen Sachen, einen Zugang zu finden, der eine Haltung hat, aber trotzdem jemanden immer noch, wie wir es vorher schon gesagt haben, einlädt, damit auf eine gute Art und Weise umzugehen. Kommen wir zu einem Beispiel von dir. Also wir hatten Lockdown, ja, und viele Paare waren zu der Zeit alleine zu Hause und viele hatten auch noch Kinder. Wir hatten es relativ gut, du und ich, weil wir hatten auch noch ein Büro, das leer stand und da konnte man auch noch hingehen, aber wir haben so gemerkt, okay, man ist halt auf engstem Raum und wie könnten wir was kreieren, erstens, was uns hilft in der Beziehung, dass wir uns nicht an die Gurgel gehen. Für alle, die es nicht wissen, Matthias und ich, wir haben was miteinander, also wir sind ein Paar, also wir sind nicht nur Kollegen bei Arouse. Das ist auch für mich was Neues. Genau. Wir haben halt versucht, was zu finden und dann, da kamen wir auf diese ASMR-Streits. Ich habe ein Problem, warum lässt du bei Wasserflaschen den Deckel oben immer los und drauf. Ich möchte dir abgefüllen, dass du die Wasserflaschen immer oben nimmst. Nimm die unten. Ich habe ein neues Problem mit dir. Und die sind halt viral gegangen und für uns war das total schön zu sehen auch, dass sehr, sehr viele andere diese Idee auch gemacht haben. Also das war dann so ein richtiger Trend, dass die Leute halt mit einem kleinen Mikrofon, ich fand es einfach wahnsinnig witzig, damals so ein kleines Mikrofon zu haben. Unverhältnismäßigkeit. Ich habe sehr einfachen Humor, Leute. Und dass man halt mit diesem kleinen Mikrofon dann halt so sehr sensible Themen, die man so im Alltag hat, miteinander bespricht. Und eigentlich lacht man sich die ganze Zeit total kaputt, weil man halt flüstert. Das war auch so unser Auftakt auf TikTok, wo wir halt dann auch Fragen aus der Community beantwortet haben. Voll viele wollten dann irgendwas über unsere Beziehung wissen oder wie geht man damit um? Und die haben uns als Ratgeber gesehen. Jule Sitzke fragt, was wir von einem großen Altersunterschied in der Beziehung halten. Go. Also. Oder soll ich die Frage nochmal für dich ein bisschen langsamer stellen? Ein bisschen lauter auch nochmal. Sie fragt, was wir von einem großen Altersunterschied in der Beziehung halten. Hm? Mach doch mal. Guck mal. Mach doch mal dein Hörgerät. Hat ihr Hörgerät nicht? Ich kriege richtig Probleme. Muss ich auf der Couch schlafen heute? Das Gute ist, wenn das Video vorbei ist, kannst du dich schon nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Und das war dann sehr witzig, weil dann kam der nächste Content-Track, in dem ich Fragen einfach nicht beantwortet habe und immer wieder einen anderen Weg gesucht habe, das lustig zu beantworten. was dann auch immer wieder viral ging und was die Leute in einer, ich sag jetzt mal, sehr, sehr schweren Zeit zum Lachen gebracht hat und was uns auch in der Agentur, in der Zusammenarbeit mit dem ganzen Team wahnsinnig geholfen hat, weil natürlich, wir hatten auch keine einfache Zeit. Wir hatten auch Einbrüche bei Corona. Wir mussten auch irgendwie schauen, wie gehen wir mit allem um? Wie können wir irgendwas planen? Und deswegen war genau dieser Weg, über TikTok zu gehen und andere zum Lachen zu bringen und uns selber wieder zum Lachen zu bringen und sich auch einen Spiegel vorzuhalten. Das war genau der Weg, den wir gehen mussten, durch diese schwere Krise zu kommen. TikTok ist so aus dem Alltag heraus. Du hast einen einfachen Moment, du zeigst irgendwas, irgendwas Lustiges und das wird dann von sehr vielen Leuten neu interpretiert, während du auf Instagram eigentlich einen Lifestyle zeigst, der absolut perfekt ist. Und wenn wir mal ehrlich zueinander sind, auch dieses ganze Unperfekte auf Instagram ist ganz schön perfekt. Deswegen ist TikTok nochmal so ganz anders und speziell. Man nennt das auch so diese Remix-Funktion. Also du kannst ditchen, du kannst duetten und plötzlich interagieren 20 Leute mit deinem Video. Wollen wir das, vielleicht lohnt es sich an der Stelle für viele, weil wir das immer noch sehr oft hören von Leuten, die sagen, TikTok, das mache ich noch nicht, das ist noch nicht. Es ist cringe. Es sind dann nicht nur 13-Jährige, die tanzen und so. Dann lass uns doch einmal kurz diese beiden Funktionen hier auch erklären. Was ist Duett auf TikTok? Duetten heißt einfach, du hast ein Video und du machst eine Antwort zu diesem Video und dann sieht man beide parallel zusammen. Wie die Reaction-Videos auf YouTube. Genau. Halt nur die Funktionen, der App legt es dir sofort nahe. Du kannst ein Video, das du siehst, da kannst du sofort auf den Button Duett klicken und dich dabei filmen, wie du darauf reagierst, während du das Video siehst. Stitchen bedeutet, du siehst ein Video, dann siehst du einen Anfang von dem Ursprungsvideo und dann kommt dein Video danach. Das heißt, man sieht den Anfang, der Rest ist von deinem neuen Video und das ist eine Stitch-Funktion. Stitchen wie stricken, nähen, dran sticken, etwas dran pappen, also den Anfang original nehmen und dann weiterreden. Oft wird es benutzt für Sätze, dass jemand eine Frage stellt und sagt, was ist das schlimmste Erlebnis, das du je in einer Kantine hattest? Ich fange an und dann erzählen die Leute selber, du siehst dieses Video und nimmst nur diese erste Frage, was ist dieses schlimmste Erlebnis und gibst deine eigene Antwort darauf. Und so kann dann auf ein Video eine mehrfache Interpretation kommen. Ich hoffe, so kann man sich ungefähr vorstellen, was es ist. Warum ich gerade darauf nochmal hinaus wollte, mit dieser neuen Art der Verwertung. Du hattest gesagt, warum Humor für Kunden, dass das was ist, was sich rein finanziell, rein wirtschaftlich lohnt, weil Leute es eher teilen. Da haben wir noch einen Punkt. Es bewegt sich gerade dahin, dass wir emulieren, dass wir nicht nur konsumieren, dass wir etwas aufgreifen, was uns gefällt und unser eigenes Ding daraus machen. Das lohnt sich natürlich total, wenn man kreativ ist oder eine Botschaft in die Welt, ob es eine Verkaufsbotschaft ist oder eine Geschichte, die man einfach nur zur Unterhaltung erzählen möchte. Wenn man das so hinkriegt, dass es aufgegriffen und emuliert wird, dann ist das ein immenser Mehrwert. Als letzten Punkt zum Thema Humor würde ich gerne auf die Community gehen. Weil ich glaube, was wir manchmal so unterschätzen und da kommen wir jetzt mal so auf unserem Podcast zu sprechen, warum wir den so angehen, wie wir ihn angehen, dass diese Community-Bildung jetzt in dem Jahrzehnt, in dem wir gerade sind, eigentlich das größte Gut ist, was wir haben. Sei es für Marken, sei es für Agenturen, für Creator, ich weiß nicht, eigentlich für alle, weil wir bewegen uns in immer kleineren Bubbles und ich finde, durch Corona hat sich das total gut gezeigt, im negativen Sinne. Man hat die Telegram-Bubbles gehabt, man hat die Verschwörungs-Bubbles gehabt, also Verschwörungs-Bubbles auf Telegram, man hat so die Drosten-Bubbles gehabt und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Und das wird immer intensiver in den nächsten Jahren. Es kommt sehr stark auf die Community an. Es ist so unwichtig, wie viele Follower irgendeinen Creator oder irgendeinen Influencer hat. Die Frage ist, was für eine Community steckt dahinter? Genau das Gleiche ist bei der Marke. Wir können so unglaublich viel Mediabudget für Dinge raushauen. Aber die Frage ist doch, kommt es wirklich an? So sind wir an unseren Podcast rangegangen. Wir haben gesagt, das Tolle an unserem Podcast sind nicht wir, das ist unsere Community. Das sind die Leute, die wir kennenlernen. Das sind die Menschen, die das hören. Und auch, ich sage jetzt mal, der Austausch, den wir mit den anderen haben. Und dass man das in den Podcast reinbringt, dass das die Leute hören, dann, welche Themen bewegt denn eigentlich die Community? Was bewegt uns? Was ist die Schnittstelle? Wie können wir die Community mit in diesen Podcast reinholen? Das schreiben uns die Leute, ihr verändert unser Leben. Ich habe nochmal ganz neu über diese Themen nachgedacht. Ich gehe nochmal ganz anders an das Ganze ran. Und es hat nichts damit zu tun, dass Matthias oder ich dann im Podcast da sitzen und den Leuten sagen, hey, wir sind Live-Coaches. Und Call-to-Action auch bringen. Das ist wie ein Call-to-Action machen. Macht das jetzt. Ändert jetzt euer Leben. Verlasst jetzt eure Partner. Kündigt eure Jobs. Genau. Kommt in eure Komfortzone. Und das ist eher so ein Miteinander. Es ist nicht ein Vorzeigen und der andere macht es nach, sondern es ist wirklich ein Miteinander das Ding durchziehen. Und ich glaube, das ist so ein Wesensding vom Humor. Wenn wir uns zum Beispiel ein geiles YouTube-Video angeschaut haben oder so, dann gucken wir uns die Kommentare darunter an, weil wir wissen wollen, was sagt die Community dazu? Was auch so ein Ding von unserem Humor ist, was wir auch vorher schon gesagt haben, wir versuchen, ernsthafte Themen mit Comedy zu mischen. Und eigentlich existiert das nicht in Deutschland so richtig. Also schon in gewissen Formen, aber die meisten sagen immer, das kannst du doch nicht machen. Sagen wir so, es existiert zwar in Deutschland, aber es wird, das ist auch Feedback, das wir bekommen, es wird als sehr undeutsch wahrgenommen. Das ist also typisch deutsch ist, wir machen Humor über den Unterschied zwischen Männern und Frauen und über Bratwurst, aber nicht über den Tod oder über Verlust oder über eine wirkliche Krise. Das ist dann schon nicht mehr wirklich Humor, sondern wenn sowas, dann geht es ins Politische und dann ist es Kabarett und das ist dann meistens alte Männer haben Recht. und man lacht auch nicht als Reaktion, sondern man sagt, genau, endlich sagt es mal einer. Das ist so das Bild von typisch deutschem Humor. Aber damit so umzugehen, mit ernsteren, schwereren, absolut nicht oberflächlichen Themen so umzugehen, dass man dabei wirklich von Herzen lachen muss, das wird als undeutsch wahrgenommen. Das meinst du, oder? Genau. Und ich glaube, da liegt ja genau der Kern da drin, was ich auch schon so erzählt habe, aus dem ganzen Schmerz, den man im Leben empfindet. Daraus schöpft man seinen Humor. Der Humor entsteht ganz oft aus Momenten, die nicht gut für uns waren, die uns in irgendeiner Form auch negativ geprägt haben. Es ist ja auch öfters mal so, dass Sachen, die uns so sehr zum Lachen bringen, uns auch teilweise so sehr zum Weinen bringen können, weil da eine Wahrheit drin steckt, weil da auch ein bestimmter Schmerz drin steckt, weil man in irgendeiner Form Loser ist oder weil man Verlust kennt und wie schlimm es ist, wenn man wirklich was verliert. Und wenn man das auf eine kreative Ebene bringt, dann erreicht das so viel, weil man hat auf der einen Seite totale Emotionen, aber auch, man geht mit einer Leichtigkeit aus etwas raus. Wir hatten jetzt eine Podcast-Folge gehabt, da haben wir super viele Kommentare aus der Community genommen und haben, wir haben so eine Art lustiges Domian gemacht und haben Leuten irgendwie, nicht Lebensweisheit, aber wir haben denen versucht, irgendwelche Tipps zu geben, sind da teilweise dran gescheitert, aber auch teilweise was mitgegeben und dann am Ende der Podcast-Folge, was eigentlich sehr untypisch ist, haben wir eine E-Mail von einer Userin vorgelesen, die es so in sich hatte, das war eine sehr ernste E-Mail, da ging es wirklich um, hört es euch irgendwann mal an, es ging darum, wenn man... Die Unmöglichkeit von Liebe, um das mal kurz zu sagen, warum müsste es... Genau, eine sehr krasse E-Mail und wir haben so viele Nachrichten dazu bekommen, wo die Leute genau das gesagt haben, wo sie gesagt haben, okay, ich habe die ganze Folge über gelacht und dann kam das Outro und dann habe ich einfach nur noch geheult und war fix und alle und danke für diese Reise. Wenn jemand schlucht ins Telefonliebe iris, dann ist wohl diese E-Mail sehr ans Herz gegangen. Können wir einen extra Post machen für Marianne und ihr ganz viel Liebe dalassen? Und ich glaube, das bringt es sehr auf den Punkt, warum wir da so... Mein Gott, ich meine, sowas wird in der Theorie ist das auch wieder bekannt, in der Humortheorie, dass man sagt, Homödie ist Tragödie plus Zeit. Plus Zeit, die verstrichen ist mit dem Abstand, der dazu entsteht, dass man den Humor darin entdecken kann. Aber wir nehmen das jetzt halt nicht als nur eine Theorie, sondern, ja, schon sehr. Wir nehmen Humor sehr ernst. Was wir euch mitgeben wollen würden zum Thema Superkraft, Humor und der Kreativität ist, glaube ich, nutzt solche Plattformen wie TikTok. Also schaut in irgendeiner Form, wie könnt ihr da drauf euch da finden, wenn ihr Bock auf entertainenden und lustigen Content habt. Nutzt es als Spielwiese. Findet euren Humor. Humor heißt ja auch nicht, dass man ein festes Ding hat und das ist es dann, sondern man muss sich ja da auch entwickeln in dem Ganzen. Also zum Beispiel war es für mich wahnsinnig hilfreich, zu sehen, wie habe ich im Januar gestartet oder im Februar und wie bin ich inzwischen. Also wie fein wird mein Humor? Worauf kann ich achten? Wie kann ich besser kommunizieren? Genauso wie wenn man jetzt für Marken etwas macht. Also dass man wirklich schaut, okay, wo ist auch die Schnittmenge mit der Community? Worüber lachen wir alle? Weil es uns zusammenbringt. Wenn wir, egal welche Lager wir gebildet haben, egal welche Einstellungen wir haben, wenn es uns gelingt, über dieselbe Sache zu lachen, möglicherweise aus anderen Gründen darüber zu lachen, aber dann ist es etwas, was uns wieder mehr zusammenbringt, was, so ist glaube ich, da sind wir uns glaube ich einig, gerade Mangelware ist. Erzählungen, die uns zusammenführen. Wir haben sehr viele Erzählungen, die uns in verfeindete Lager treiben, aber nicht so viele Erzählungen, die uns wieder glaubwürdig, natürlich gibt es, natürlich fallen mir, ich habe sofort so ein Gefühl von, nee, es gibt doch Spots, die sagen, lasst uns wieder zusammenkommen und so, aber die sprechen das aus, die sagen, wir brauchen wieder mehr Einigkeit und so, aber wenn man das ernst meint und das wirklich bewirken will, dann ist Humor ein ehrlicher Humor, der tiefe Themen nicht meidet, das stärkere Tool dafür, um wirklich ein Bedürfnis auszulösen, dass man, dass wir alle wieder mehr aufeinander zugehen, mehr Empathie füreinander haben, offener dafür sind, dass der andere zwar eine andere Ansicht, Weltanschauung und so weiter haben kann, aber trotzdem jemand sein kann, mit dem ich zusammen lache. Ja, das habe ich nämlich auch gelernt, abonniert, kommentiert, sowas weiß ich, aber das ist eh für ein ADC, also wurscht. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sitzen dürfen und dass wir euch ein bisschen was über Humor und Kreativität erzählen dürfen. Ich habe einen Abschluss. Ja. Kurioserweise bist du, obwohl du lustig bist und viel über Humor zu erzählen hast, kein Fan von Witzen. Das stimmt. Ich hasse Witze. Du bist nicht nur kein Fan von Witzen, sondern du verkackst sogar Witze, die man eigentlich, die man als bekannt voraussetzt. Oder Knock-Knock-Witze zum Beispiel. So sieht es aus, wenn ich so einen typischen Witz mit dir versuche. Klopf, klopf. Hallo. Komm, du weißt, dass die Antwort... Ich weiß inzwischen, dass es Who's there, also beziehungsweise Wer ist da heißt, aber das wusste ich eine Zeit lang nicht, weil ich einfach keine Witze mag. Aber selbst wenn ich dir das erkläre, dann geht es ja so weiter. Du weißt jetzt, dass du antworten musst, wer ist da? Okay, wer ist da? Ja, genau. Also, klopf, klopf. Wer ist da? Eine unterbrechende Kuh. Und jetzt weißt du nicht, dass du fragen musst, eine unterbrechende Kuh wer? Es hat keinen Sinn. Okay, also wir müssen ohne einen Witz aufhören. Tut mir leid. Es tut uns leid. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020